Die Patrouille der Ratte Ihr setzt eure Jagd auf die Flüchtenden, Überlebenden bis tief in die nächste Grafschaft fort. Doch in der Abenddämmerung kommt Nebel auf und ihr verliert sie aus den Augen. In der Zwischenzeit... Sie haben ein halbes Dutzend meiner Patrouillen getötet und dringen tatsächlich in eine meiner Grafschaften ein. Ich muss etwas unternehmen. Bleibt ruhig, der Püs. Alle rebellierenden Söldner, die ihr salzwert waren, sind schon vor Monaten ins Ausland geflüchtet. Eure Männer werden mit ein paar greinenden Vogelfreien schon fertig. Wieso geht ihr nicht mit mir auf die Pirsch, um euch etwas abzulenken? Aber sie sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Ich muss etwas unternehmen. Sendet doch einfach eine kleine Belagerungstruppe aus, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Ihr habt leicht reden! Entspannt euch! Bis wir von unserem Jagdausflug zurück sind, hat sich das Problem von alleine gelöst. Vertraut mir! Die Schlange war früher Stadthalter in einer der wohlhabendsten Provinzen seiner Heimat, wo er ein äußerst ertragreiches Leben führte, in dem er nicht alle gesammelten Steuern angab. Als der König jedoch davon erfuhr, versetzte er ihn hierher in die neuen Kolonien. Während einer seiner ersten militärischen Konfrontationen trat er gegen euren Vater an und verlor dabei ein Auge. An jenem Tag schwor die Schlange sich, erst Ruhe zu geben, wenn die Schädel eurer gesamten Familie auf Pflöcken aufgespießt und seinen Bergfried aufgereiht stünden. Eure Kundschafter berichten, dass ihr festsitzt. Ihr habt nicht genügend Vorräte, um weiterzukommen, und nicht ausreichend Männer, um euch den Weg zurück freizukämpfen. Es bleibt euch nur die Möglichkeit, hier auszuharren. Die Kundschafter haben eine Insel in einem breiten Fluss gefunden, die sich ausgezeichnet verteidigen lässt. Einer eurer Hauptmänner hat bereits mit der Errichtung eines Basislagers begonnen. Das Land um den Fluss herum ist fruchtbar, Ihr könnt dort Getreide anbauen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Das muss direkt an den Kornspeicher gebaut werden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das wird in der Kornspeicher, Sire. Es wird später, die Kornspeicher, Sire. Musik Kornspeicher, Sire. Das ist einicket, Sire. Das ist ein paar Kornspeicher. Das ist schon mal, da. Und schon mal in der Kornspeicher, das ist ja, da. Also sollte man natürlich nicht mehr die Kornspeicher. Das ist ein paar Kornspeicher. Wohnt, wohnt, wohnt! Das war's. 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 Das war's.